ich wollte eigentlich ich wollte eigentlich diesen baum hier anklicken weil ich dachte dass man den vielleicht auch verändern kann so wie man das ok es geht anscheinend nicht mit jedem baum weil mit dem geht's allerdings auch erst wenn ich mal recycelt habe kingbong geiler scheiß ok das hat sich gleich erledigt dann kann ich gleich die beiden hier abgeben mindestens einen davon die brownies und diese pfeilsorte hier ok das dauert noch ewigkeiten aber die brownies die sind in einer minute fertig zumindest die ersten vier und in einer weiteren halben stunde hole ich mir dann von ihm hier die baupläne für ölfabrik level 2 ja irgendwie so irgendwie so mache ich das ich habe das dumpfe gefühl dass wenn ich das jetzt hier alles abschneide dass ich den anderen auftrag gar nicht abgeben kann als you can see na gut kommen bringt ja auch punkte wenn man die verkauft und jetzt gerade will ich ja einfach nur vorankommen so dankeschön schokolade auch gleich weg marshmallow ist auch gleich weg hier bräuchte ich cam dog ja den habe ich ja vorhin weggekloppt den hund aber ist auch nicht so schlimm dann pflanze ich cam dog nach dankeschön dankeschön oder habe ich wieder ein bisschen dünger können wir das noch weg schicken oh shit oh shit oh shit oh shit oh shit ich lasse das mal noch stehen ich weiß gerade nicht ob ich mich darum kümmern möchte obwohl vier stück sind ja schon zugange ach komm zack dann hätte ich das da auf jeden fall erledigt und habe dann noch drei brownies übrig so aber hier fehlt mir jetzt immer noch mehl und afghani kann ich noch mehr machen ja zweimal aber wie viel mehr brauche ich ich brauche dreimal mehl ok also muss ich eine skunk aussehen und natürlich nicht zu vergessen afghani gar nie so können wir ihm hier jetzt ach nein das geht es doch nicht ich fange gleich an zu weinen echt wie lange braucht die dann naja gut ok die braucht schon eine weile aber ich kann die zeit ja noch verkürzen die frage ist halt jetzt bei dem ganzen scheiß hier wie lange das noch dauert weil ich habe hier langsam echte platzprobleme wie viel habe ich jetzt noch ok also doch nicht so schlimm wie ich vermutete also camdog gani mehl skunk sieben minuten 24 minuten ja warum steht da eigentlich eine badewanne bei mir ich dachte ich habe aufgeräumt danke für die tapete lalalalalala genau jetzt fehlt nur noch er eine stunde zwei minuten es wäre sicherlich schlauer wenn ich dem erstmal die viermal kiev gebe das ist ja in produktion wie lange braucht einmal kiev acht minuten der braucht nur noch einen deal ne ja der braucht nur noch einen deal einen deal gut der dauert eine stunde deswegen den gebe ich ab aber erst nachdem ich das abgegeben habe weil das dauert nur zwei minuten ich habe keine lust eine stunde zu warten bis ich das abgeben kann ich kann bestimmt irgendwie nur nur alle paar alle paar stunden spenden denke ich mir aber es hat sicherlich seine berechtigung schmackofatz was was sehe ich da gerade ok das dauert noch einen moment mehl 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 noch mal mehl und ganz viel afghani die kamera ging aus sie ging aus ja gut dafür brauche ich erstmal skunk und skunk ist gleich so ist gleich soweit ist gleich soweit so ein bisschen geil aber die nordlichter die würde ich schon ganz gerne noch abernten 3 sekunden 3 sekunden 1 0 gib mir den scheiß lass mich das abschneiden ähm ich möchte mehl haben mehl haben jetzt kriege ich noch zweimal mehl dazu das heißt für hier oben ist gleich fertig in dem platz den ich hier frei gekriegt habe pflanze ich noch eine afghani die schneide ich jetzt aber gerade auch noch nicht ab weil wir sehen wir haben platzprobleme ein bisschen da wollte ich nicht hin klicken ich wollte dahin klicken und in vier minuten kann ich ihm diesen auftrag abgeben das bedeutet in sechs minuten kann ich diesen auftrag abgeben